Hallo, ich bin Andreas Muster von der Südsteuerischen Weinstraße. Also ein Buschenschrank ist immer auf einem Bauernhof oder Weinbauernhof. Wichtig ist, dass es ein bäuerlicher Betrieb ist, der dann eigene Speisen und Getränke an Gäste weitergibt. Und der wesentliche Unterschied zu einem Wirtshaus ist, dass wir wirklich nur kalte, hausgemachte Spezialitäten haben in unserer Buschenschrank. Wir haben Brettljausen und kalte Schmankerl, aber was wir nicht haben, ist ein Kaffee, ein Bier, alles was warm ist, sondern wirklich nur hausgemachte, bäuerliche Produkte.